guten abend wir machen morgen im rahmen unseres ja kann man schon fast sagen video tagebuchs eine kleine com fahrt und wir haben uns dafür schon auf strava heißt so eine plattform kennt ihr bestimmt ein paar von den guten coms rausgesucht hierzu haben wir uns jedenfalls erstmal alles auf unseren wahoo gezogen das sieht dann ungefähr so aus also sind jetzt erstmal noch ein paar von mir daheim aber das ist ganz cool weil dann kann man halt live sehen ob man vorne oder vorne liegt oder zurück quasi wie bereits angekündigt auf drei coms fahren wir haben uns alle rausgesucht runtergeladen auf unseren wahoo und ab geht's bis zum nächsten mal Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020